Das sind eine Picknicker, die machen hier noch gar nicht mit, das probieren wir noch mal. Wenn ich schreie Angie! Es wurde auch in der Zwischenzeit noch gearbeitet, spezielle Umbauarbeiten, um für die Patienten etwas Besonderes zu bieten. Wir machen jetzt eine kleine gestellte Situation, du schläfst und... Was will ich noch reagieren? Aufschrecken! Schlaf, ab jetzt! So meine lieben Blumenfreunde zu Hause, wir haben heute vielleicht einige Geheimnisse erfahren und Tipps und Tricks mitgenommen und ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Umsitzung und tolles Erblühen! Ja bitte, funktioniert ja! Das geht ja!